Oh, das war heute wieder eine anstrengende Runde, oder? Ah, es geht schon los. Oh, es geht schon los. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Dankeschön-Video. Wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken, denn wir haben jetzt in der kurzen Zeit die 11111 Marke knacken können, dank euch. Und ja, das möchten wir gemeinsam mit euch ein bisschen feiern. Deswegen verlosen wir unter allen unseren YouTube-Abonnenten, Facebook-Freunden und allen, die dieses Video hier teilen, zwei Gutscheine a 11 Euro für Amazon oder ein Steam-Spiel. Ihr könnt es euch selber aussuchen, was euch dann lieber ist. Und zusätzlich legen wir noch einen Cent für jeden YouTube-Abonnenten, Facebook-Freund bzw. der das Video teilt drauf. Das heißt, ihr könnt euch diese Gutscheine selber erhöhen bis maximal 100 Euro. Das müsst ihr dann für ein Spiel gut gelangen. Ähm, ja, teilt also fleißig dieses Video. Alle Infos findet ihr auch nochmal unten in den Informationen. Es geht bis jetzt genau vier Wochen, also bis Anfang November. Und ja, alle Gewinner werden dann halt eben auch unten in der Beschreibung genannt. Ich danke euch vielmals, schaut weiterhin fleißig unsere Videos und ja, wir sehen uns allen in einem der nächsten Streams. Bis dann, tschüss!